Heya! Willkommen zurück zu Intusion 2, zum nächsten nochmal Session, zum nächsten Level. Ja, beim letzten Mal haben wir das Spiel angefangen mit dem Level Landing, was übrigens mir aufgefallen ist, direkt an das letzte Level von Intusion anschließt. Ja, wir starten ja mit einem Fallschirm und im Hintergrund ist die Rakete, die abstürzt. Das ist genau die Rakete, die wir den Endkampf durchgeführt haben, für alle, die es nicht begriffen haben, ich habe es auch erst später gemerkt. Ja, wir machen weiter mit dem zweiten Level. Ja, ich könnte jetzt zwar auf Continue drücken, aber macht keinen Unterschied. Wie im ersten Teil werden Punkte und so weiter nicht übernommen, Munition auch nicht, wird alles zurückgesetzt zu Standardwerten. Deswegen kann man auch von hier aus starten mit dem Level Wolf Winter, so würde ich sagen. Was geht's? Ja, wie ihr vielleicht gesehen habt, hier oben ist ein Squad, tatsächlich habe ich gar nicht gesehen. Weil er so klein ist, habe ich nie darauf geachtet, dass er da oben ist. So. So, na, das ist mal gut. So. Was ist das denn? Ah, ich glaube, wir haben den ersten Boss. Den ersten Boss, der erste Boss ist das. Fängt ja gut an hier. Das ist mal gut. Ja, da fliegen die Sachen entgegen und jetzt haben wir ihn erwischt. Super. Ja. Wie komm ich jetzt da hoch? Natürlich, wie komm ich da jetzt hoch, ist doch klar, ne? Man muss immer den Ding da hoch schieben. Physikrätsel. Und wie mach ich das? Genau, so. Aber so weiter geht das so gar nicht. Also, jetzt geht's. So. Ich brauche ihn zwar nicht, aber egal, ne? So. So. Muss ich jetzt mal vorbei ballern, so. Na super. Aber ja. Eigentlich ist das total blöd hier. Wenn man da nicht dran kommt. Für zwinglich Schluss habe ich jetzt mehr Schluss verbraucht. Also. Ah, kommt noch einer. Gibt's ja gar nicht. Wie gibt's denn davon? Ah, das war knapp. Jetzt geht hier ja gleich los hier. Ah. 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 Kann man nicht haben. Aber wie soll ich das denn machen? Ey. Muss ich mal mit dem Ding wahrscheinlich schießen, wenn ja noch so ein Vieh kommt. So. So. Meine Güte. Wieso gibt's hier so viele von denen? So. Komm her. Na ja. Die nehmen können. Ja. Hinterher wird immer schlauer. So. Pistole. Da ist noch eine. Da. Das ist eigentlich ein Coladoo. Ach, Coladoo sind das. Oh. Oh. Oh, das tat weh. Was wir. Wie seid ihr so erlebt? Oh man. Oh man. Nochmal zurück. Ja, ja. Man geht lieber sicher. Ihr habt da. Ich hab hier mein erstes Teil auch gemacht. Big Tracking ab und zu. Um da ein bisschen Lebensenergie zu kriegen. Könnt ich mir die ja auch in einer noch holen. Aber. Wir vielleicht zu weit. Kohledose. Ha. Wie niedlich. So. Ui. Checkpoint. Checkpoint saved. Da sind wir die Frage, wie kommen wir da wieder dran? Was ist das denn? Na halt doch. Ha. Jetzt haben wir hier mal einen Wolf. Jetzt haben wir mal einen Wolf. Ha. Jetzt haben wir mal selbst einen Wolf. Cool. Ha. Das ist ja mal geil. Geil. Beim ersten Teil hatten wir nur eine kurze. Da hatten wir nur eine kurze Passage mit, äh. So. So. So zum laufen. So mit so einem Mech. Boah. Ganz schön. Komische Steuerung her. So. Komm her. Ja. Jetzt sind. Jetzt ist der Wolf Winter. Komm ich noch nicht so ganz klar mit der Steuerung her von diesem Vieh. Wie? Ah. Brauchen wir gar nicht. So. Kann ich aber damit schießen? Ja. Kann ich. Wenn ich jetzt mal zurückziehen. Wo war ich denn noch eine Lebensenergie da oben? Aber ich komm noch nicht so ganz klar mit dem Vieh hier. Ganz komisch so, bringt zwar nicht viel, ich weiß. He, wie das aussieht. So. Okay. Wir müssen noch ein bisschen über... Ach, nur ein Vieh. Komm schon. So, wir haben ihn erwischt. Meine Güte. Puh. So viele Bosse hier. Doch so einer, ne? Komm schon, ich komm nicht weg hier. Der Wolf kann nicht zurücklaufen. Komm her, geh weg. So. Na ja. Er kommt mit dieser Steuerung noch nicht so ganz klein von diesem Vieh hier. Na also. Meine Güte. Na ja. Noch einer. Ah. Bei mir machen wir lieber so. Fland, gute Idee, ne? Ja. Flende, bessere Idee gewesen. Aber ich hab's ja wieder vergeigt. Komm, ey. Ich komm dieser Steuerung nicht klar mit dem Ding. Das brauch ich mal, danke. Aber wir haben nicht so viel Lebensenergie. Jetzt komm ich nie raus. Na also. Geht doch. So. Energie, danke. War nur ein, aber besser als nix. Vielleicht da ja, vielleicht da ja auch. Gut. So. Na geht doch. Ich komm hier noch nicht so ganz mit der Steuerung von dem Ding klar her. Ist total merkwürdig. Dankeschön. Das Mal, ich wem jetzt richtig passiert. Ah, meine Sexpack, Leute. Ah. Hoffen, der bleibt jetzt auch da, ne? Ich freit muss den Vivi kommt jetzt da hoch. So, wie soll man da hochkommen, freu mich. Ganz langsam. Ah, jetzt kommen wir noch hoch. Double Rifle, ah, was ist das? You're not supposed to be here. Bin immer da. Bin nicht so gut, da ist auch ein Wolf, danke, hui, dankeschön, so, danke, so geht's natürlich auch, so, okay, Silo immer, oh Mann. Das war jetzt so eine Art Quick-Type Event. Wie viele, 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 viele gibt's denn von denen, ey? Wie viele Viecher gibt es da von... Kennen wir? Ich weiß natürlich, kommen wir auch da oben lang, ich will hier nochmal überall langlaufen, überall will ich halt langlaufen. Ah, der Wolf, den Wolf gibt's noch gut, das nicht heißt auch Wolf Winter, logischerweise, ha, da kam nicht drauf. Äh, Physik ein im Spiel, haha, immer noch zu zart zu kringeln. Also. Na, da muss ich rüber springen, da wusste ich jetzt nicht, gut, dann ist jetzt weiß ich's. Na, weil die Steuerung reagiert da nicht so ganz... flüssig. Komm nicht dran, na. Und wieder noch hoch. Kann man dieses Ding hier nutzen als Sprungbretter? Ha. Ja. Au, das tut auch weh. So, jetzt nehmen wir ihn wieder hier, ne? Oh Mann, die haben ihn gefressen. So. Der dürfte ja eigentlich niemals irgendwas... Der dürfte niemals mehr stehen eigentlich. Aber... Die Spiele sind alle möglich. Naja. So. Meine Güte. Also, meine Güte, läuft ja nicht so wirklich gut hier. So, flieg doch weg. Dankeschön. Okay. Komm ich an dieses Vier, wie komm ich da jetzt vorbei? Ich weiß es nicht. Es ist ja gut, dass ich immer den kriege, wenn man nicht so schlecht, wenn man da hoch. Ja, jetzt hab ich ihn noch vorbeigekommen. Gut. Angehörtes Checkpoint. Nimm Energie. Nehme ich auch immer gern mit. Aber natürlich jetzt, wo geht's denn hier hin? Oh. Ha, ha, ha. Aber das sollte man trotzdem mal machen. Das tut sicherlich weh, was da passiert ist. Wir gehen nochmal wieder runter zu unserem Wolf. Oh naja, da wartet schon auf uns, ungeduldig. Ganz, ganz liebes Hundi, ne? Ja, Hundi. Aber nur nicht so klug, glaube ich. Aber auf der anderen Seite. Oh naja, kann ich dann hier auch hoch? Wenn es nicht immer klappen würde. Aber die Steuerung von diesem Vieh ist total merkwürdig. Ach, warum her? Oh naja, vor allem diese Gummibäume. So. Ne? Position mitnehmen brauchen wir. Immer gebrauchen. War nur wieder so ein Vieh. Ich glaube es noch gar nicht mehr. Gibt es so viel von denen? Meine. Also. Meine Güte. Er fliegt die Stelle um den Kopf. Super. Wie viele Bosse gibt es denn davon? Ist klar, das war jetzt irgendwie doof eigentlich, aber egal. Dankeschön. Oh oh. Ja, ja. Soll ich nur machen. Kommt her. Kommt her. Kommt doch her. Was wollt ihr? Aua. Also ey. Ganz schön gefährd. Ah, kriegt der wieder nicht. Mann, mit diesem Wolf ist das so eine Sache hier. Dankeschön. Ne ey. Glaubst du ja nicht, wie das aussieht ey. Es ist Physik, ey, in dem Spiel. Total crazy. Die Güte nicht erst lagen davon. So. Hier kommt ja noch einer, ne? Noch einer, ey. Ich hab's doch gar nicht. Ach, komm, nun. Ah. Was war das denn jetzt, ey? Ja, hat aber nicht so ganz reagiert. Das letzte Spiel wollte nicht so ganz funktionieren, wie ich das eigentlich wollte, aber naja, merkwürdig. Hat die Steuung gehangen. Hat die Steuung gehangen, gehangen. Kommt die kommen da jetzt hoch? Ich weiß es nicht. Kommt dann immer nicht hoch. Das ist nicht so gut. Ich muss irgendwie die Möglichkeit geben, da hochzukommen zu den Kisten. Das will ich jetzt mal sehen, ja. Das will ich jetzt mal sehen, ja. Mann, die Steuung hier hat irgendwie ein liebteres Teil. Boah, das Spiel hat geruckelt, kann ja auch sein. Nein. Dann lief es nur einfach nur langsam. Und damit danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Nein. Ich kann das nicht ohne. Vielen Dank.